Nach ihrem Schlaganfall vor 16 Jahren erzählt Gabi Köster jetzt, was ihr Kraft gibt und wie sie ihren Alltag meistert. Über ihre Rolle als schlagfertige Kassiererin in der Sitcom Ritas Welt haben wir Tränen gelacht, dann aber haben wir mit Gabi Köster geweint. Denn die Kölnerin erlitt mit nur 46 Jahren einen Schlaganfall und ist seither halbseitig gelähmt. Nun können wir uns wieder mit ihr freuen, warum, verrät sie hier. Spiritualität spielt für Gabi Köster eine wichtige Rolle. Heutzutage geht es Gabi Köster hervorragend. Sie schätzt die kleinen Dinge, wie zum Beispiel ein Besuch in ihrem Lieblingscafé. Sie erzählt, dass sie zuletzt wegen der Schreibphase ihres Buches Meine Energiewende seltener da war. Das Werk, welches seit dem 4. Juni im Handel ist, dreht sich um Spiritualität. Wie viele Mädchen habe ich in der Pubertät die Karten befragt, nur bin ich dabei geblieben, verrät die Komikerin. Zu ihrem Bedauern machen sich auch viele über ihre Spiritualität lustig. Es lachen sich zum Beispiel immer alle kaputt, wenn ich im TV-Studio vor Auftritten meinen kleinen Altar aufbaue. Darauf lege ich viele Heilsteine, ich liebe sie. Doch trotz der Witze von anderen spürt sie bei den Steinen eine Wirkung. Besonders kann sie Rosenquarz empfehlen, den Stein der Liebe. Sie selbst sagt, dass man nie die Hoffnung verlieren darf. Sonst kann man sich gleich mit ein paar Butterbroten an den Friedhof setzen und warten, bis man drankommt. Gabi Kösters Leben seit dem Schlaganfall Gabi Köster selbst meint, dass sie vor dem Schlaganfall ein ganz anderer Mensch war, als jetzt. Ihr Leben wendete sie um 180 Grad. Aber die Gabi von heute ist überlebenswillig, denn das Leben hat ihr ja auch sehr viel geschenkt, resümiert sie. Durch den Schlaganfall tauchte sie in die Spiritualität ein, zudem hätte sie ohne den Schlaganfall wohl auch keine Bücher geschrieben. Auch wenn durch ihre halbseitige Lärmung vieles länger dauert, ist sie selbstständig. Ich ziehe mich selbst an, auch wenn das fünf Minuten statt einer halben dauert, gibt sie zu. Um ihr das Anziehen zu erleichtern, trägt sie zum Beispiel einen BH ohne Verschluss. Sie scherzt, für Männer ist so ein Modell uninteressant, und stellt klar, dass ohnehin noch nicht der Richtige in ihr Leben kam. Gehen Sie dann. Vielen Dank.